Hallo ihr Süßen, ich bin wieder im Wald unterwegs und ich habe mir gedacht, ich zeige euch noch was Schönes, was ihr machen könnt. Und zwar könnt ihr ein Mandala legen, aus Sachen, die ihr findet. Schaut einfach, was ihr findet und legt ein schönes Muster. Wichtig, hinterher auf jeden Fall gründlich die Hände waschen. Viel Spaß!